Ich will ausdrücklich sagen, dass es notwendig ist, dass wir hier Entscheidungen treffen. Und dazu gehört immer auch, dass Subventionen, die seit vielen, vielen Jahren hart kritisiert worden sind, in einem sehr sorgfältig abgewogenen Schritt abgebaut werden. Das ist der Vorschlag, den die Bundesregierung jetzt gemacht hat. Ganz klar, Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Der Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel. Und deshalb ist angesichts der Tatsache, dass die Regierung den Landwirten und Landwirten weit entgegengekommen ist, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt Maß und Mittel gehalten werden. Das sollte auch ein Anliegen aller Demokratinnen und Demokraten sein, gerade in auffühlenden Zeiten wie diesen.